Grüezi miteinander. Hallo. Herzlich Willkommen. Sprite your fire. Schulti, du plantest ein tolles Zeug hier. Nicht schlecht. Es fährt verdammt ein. Es war doch eine geile Idee, dass du das Zeug feucht raufst. Das ist sehr geil. Frisch ist am besten. Oh, hey, pass auf. Jetzt habe ich 200 St. kaputt. Oh, 400. Feucht ist wirklich geil. Wir können hier gerade ernten. Wie überall eigentlich. Ja, wir können das Zeug ernten. Das ist wie Minecraft-Knot. Du kannst einfach reinlaufen, schlagen und dann ... Ja, dann kannst du einsammeln. Feucht ist doch nicht so gut. Und essen. Das können wir gerade zerstören. So, das sind ein paar Tausend St. Knot wie heisst das? Kultivieren, oder? Wie sagst du das? Iwam? Was? Craften. Nein, weisst du, wenn man die Zeug, die Blöcke kaputt machen muss, dass man nachher etwas hat. Craften. Ah, Craften. Ich meinte, es gäbe noch ... Du hast es nicht verkraften. Aber du hast mal einen anderen Ausdruck gebraucht. Kultivieren. Irgendwas. Erstellen. Oder kombinieren. Nein. Abpflanzen. Nein. Nein. Weisst du generell den Vorgang, wenn du aus Stein Metall machst, oder was auch immer das du machst. Erwirtschaften. Das habe ich nie gesagt, aber ja. Kann man auch sagen. Ja, also. Meinen. Meinen, ja. Meinen oder Craften. Dann meinst du dich halt ein wenig. Wow, es gibt Probleme. Achtung, da ist ein ... Erste. Das ist der Schulte, oder? Nein. Ah, ok. Der bedroht mich, aber er schiesst nicht. Ist noch lustig. Ja, vielleicht ist es ein Kollege von uns. Ah, nein. Es ist nicht einmal ein Player, oder? Nein. Er sagt, wir müssen nach Hause gehen. Der Verhältnis ist ein Zeug, das du jetzt kaputt gemacht hast und backreift hast. Und wie gesagt, you are not welcome here. Ah, oh. Ist das ein Ding, das war von der Lost? Ja, aber. Wo ist das ein Problem, oder? Wenn der jetzt sieht, wie das Zeug dort hinten aussieht, was er jetzt über ein halbes Jahr zeugt hat. Oh. Nein. Gangangriff. Gangangriff. Scheiss, ich hau ab. Oh, ja, nehmen wir den Heli. Oder Schulti, kannst du uns irgendwie rausreden? Mit irgendwelchen Challengen? Ja, ich rette euch gerade. Zu spät. Braucht man den Heli noch? Das ist ein Future. Nein, ist gut. Ich habe die Fidelity. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Lost hier hinten wohnt. Ich bin eh noch nie dahinten. Ist die Lost? Mhm. Sie haben sogar Lost-Tischchen. Ich habe gar nicht gewusst, dass die jetzt Merchandising haben. Ja, sie sind ganz versteckt da hinten. Du könntest... Sons of... Sons of... Sons of... Anarchy. Oder so. Sons of Energy. Anarchy. Roman Kirchberg und so. Ja, genau. Ah, Sons of Energy. Nein, im Fall nicht. Ist das geil. Ist eine Serie. Ja, ja, ist mir witzig. Aber die erinnern mich extrem an die Lost-Gang. Aha. Ist eine Serie mit so einem Motto. Also so à la Sopranos. Kennst du Sopranos? Hm... Ich kann Leiden ein. Ja, sag mal. Ja, ist eben das Problem. Ich bin ja nicht so eigentlich... Ich komme überhaupt nicht aus, oder? So in diesem Zeug, oder? Kannst du nur... Und jetzt habe ich auch meine erste Serie hinter mir. The Killing, oder? Und das ist jetzt gerade fertig. Und jetzt suche... Äh... Äh... Sorry, ich bin gerade ein bisschen. Nein. Und jetzt suche ich auch eigentlich meine nächste Serie, die ich schaue, oder? Ah, okay. Und wenn du sagst, Sons of Energy sei noch geil. Jaaa... Kommt drauf an, was du willst. Porno. Es gibt einen Haufen geile Serien. Äh, ich habe nichts bekommen. Nein, weisst du doch auch nicht. Ich habe auch nichts bekommen. Ich finde es so geil, so Kommissar und Kommissarin, oder... Ich würde gerne angriffen. Was findest du noch geil? Kommentar? Ja, so Kommissar und Detectives und so. Ah, okay. So Zeugsminder... Heute hat mir einer gesagt, dass eben darum Dings noch geil sind. Breaking Bad. Ja, ist weniger so Kommissar-mässig. Also hätte ich... Ja mal, ich glaube scheinbar eines hätte... Ja, das stimmt. Aber der ist... Also weisst du, das ist eine Nebenrolle. Also ja, es geht dir nicht um den. Ach schon? Also die Hauptrolle hat schon den Drogendealer. Ja. Typ da. Also meine Lieben. Jawohl, was machen wir hier an? Ich sehe Flugzeuge, ich sehe Helis. Ja, können wir sonst mal... Ja, ich weiss nicht, ihr wollt mal mit den Helis probieren, das ist einfacher. Okay. Ich gehe immer wieder um. Schade, habe ich keine Handgranate, sonst hätte ich wieder so einen Startschuss gemacht. Ja. Ja, ich habe sicherheitsgrinnt mal rausgegeben. Weise entscheidend. So. 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 Sollte die Challenge selbst erklärt sein? Ähm... Nicht ganz, aber ich führe euch da gerade ein. Und zwar fahre ich einen Lastwagen. Ja. Und zwar mit vollem Tempo hier über die Landebahn. Wir müssen das irgendwie gut timen und das Ziel ist, hinten drauf zu landen. Darum zuerst mit dem Heli, mit dem ist es einfach. Ja. Und nachher mit dem Flugzeug versuche ich. Okay. Und äh... Gag... Also dagegen oder mit dem... Ich würde mit. Okay. Und darum fahre ich nachher im Vollgas und können die ja versuchen dann mit dem Flugzeug wird schwieriger. Mhm. Den Helix können wir jetzt bestimmt testen, wie das es aussieht. Cool. Jacko hat schon erwartet. Noch nicht ganz. Schon geht es mit dem Auto nicht. Das wäre so ein bisschen wie ein Nightrider dann, ne? Haha. Ja, für das müssen wir eben mal so einen klauen, den du hinten aufmachen kannst. Ah ja, genau. Könnt ihr sicher während dem Fahrrad. Okay. Ich fahre mal. Okay, das Licht genutzt erst. Ja, ja. Gange voraus. Du siehst du die Explosion schön von hinten, weißt? Ja, das ist super. Oh, verrückt. Komm, komm, komm! Wunderschön! Wunderschön! Yes! Haha! Haha! Nein! Oh, wieso bist du gestorben? Ich wollte aussteigen. Aha! Ja. Ja, sorry. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Das ist wichtig gewesen. Ja, aber das ist jetzt nur mal zum Einwärmen. Okay. So wissen, wie es geht. Aha, ja. Schwieriger Hund. Ich denke, wenn ihr mit dem Flugion kommt, muss ich eh Vollgas fahren, damit wir das schaffen. Dann wechsle ich mal ins Flugion, oder? Landenpiste ist genug Landenpiste. Ja. Cool. Als erstes, wenn du im Anflug bist, werde ich das Ding losfahren sollen. Oh. Okay. Ich muss mal das starten. Oh! Ui. Zum Glück. Es ist explodiert. Genau das Selbstmord. Ja, für die Knoten ist der Druck zu hoch gewesen. So. Das ist ein Druck vom Kameramann, oder? Ja, genau. Oh, der raucht. Der raucht. Ja, der hat auch von diesem geilen Gras mitgenommen worden. Ja, schon. Der ist schon so grün. Ein laster Gras. Ein laster Gras. Ein laster Gras. Oh, so. Ja. Du, aber wegen dem Ansagen an mir am Anfang, oder? Ich finde, wir sollten die Explosionen wieder zurückholen. Ja, ich finde auch. Weil, mich denke, es kommt... Ja, du merkst schon ein wenig Unmut unter den Abonnenten. Langsam aufgeht. Ja. Das war schon der Anziehungspunkt Nummer 1. Bist du da am Kehren irgendwo? Also, ich wäre schon im Anflug fast. Da bin ich noch ein wenig zu früh, oder? Ich habe leider die Karten immer noch ausgeblendet. Darum siehst du die Leiden nicht. Aber... Ja, weisst du, es genutzt. Probier es du mal. Weil, ähm... Ich brauche die Kamera mal für das. Okay. Ja, sonst zähle... Schuze zähle du runter, wenn du losfahrst. Ja, du. Sei es gescheit. Wenn du zu fliegen kannst. Also, 5... 4... 3... 2... 1. Gut, du kannst losfahren. Ich stehe genug lange mit. Oh. Ich bin ein bisschen schnell. Warte. Ich muss noch mal eine Ehrenrunde machen. Ja. Ja. Warte, ich will noch etwas hinterher fliegen, damit ich etwas sehe. Wo bist du? Oh. 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 Ja. So halb. Oh. Ist ein bisschen krüppig. Ist jetzt wieder auf dem Retourweg? Ich bin wieder am Starten. Ja, du kannst schon von der anderen Seite anfliegen. Wenn ich zurückfahren. Ah ja, das könnte er auch machen. Der Flieger ist schon wieder am Arsch. Okay. Okay. Ich muss schnell ein Flugzeug wechseln. Okay. Entschuldigung, ich probiere es sonst auch mal in der Zwischenzeit. Jetzt reiche ich mal mit dem... Ah, der Knot. Schau da. Ich gehe jetzt wieder da. Okay, ich kehre da gerade mal. Ich sage, wenn du losfahren kannst. Ich kann es einfach von weitem verfolgen. Und los. Uh, uh, uh. Schirr abgestürzt. Ah, verdammt. Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schnell. Ja, ich muss vor allem schön anfahren. Ich bin da irgendwie... Ich muss früher losfahren. Weißt du, dass man so in der Mitte der Piste noch korrigieren kann. Und es ist schon früher noch abgebremsen. Ja. Hat etwas. Aber du bist sehr gut im Timing. Okay. Knot, wo bist du? Ich bin jetzt gerade beim Anfang der Piste. Mache jetzt schnell einen Bogen. Ah, ich sehe dich. Warte, ich versuche dir zu folgen. Okay, ich gehe mal ab dem Gas. Soll ich losfahren? Ähm, warte, du gehst schnell. Du bist jetzt am Kehren, gell? Ja. Ich glaube, jetzt kannst du langsam losfahren. Los, du bist da. Fahrrad. So ist perfekt von Checo her. Oh, du bist sehr weit. Ich kann mich einmal noch kommen. Ja, du bist schon zu weit hin. Ja, du musst es machen. Gut, aber es war schon mal nicht schlecht. Ja, das ist okay. Ich habe das Gefühl, so wäre es gegangen, wenn du ein bisschen weiter vorne gewesen wärst. Auf der anderen Seite kann ich dann zurückfliegen. Aha. Ja. Stimmt, das könnten wir auch machen. Geht schnell auf. Ja, ja. Da zeigen wir aber schon. Das ist ein schöner Satellit. So, siehst du mich immer noch irgendwie? Nein. Wo bist du ungefähr so? Ja, ich bin da bei diesen verdammten Hippies. Hippies? Ja, Hippies, Hippies. Ah, auf der anderen Seite? Nein. Ja, ich bin hier im Bogen. Aber jetzt bin ich schon wieder auf der Schuld. Du kannst losfahren für mich jetzt eigentlich. Ah, ich sehe. Ja, ich fahre gerade weit. Ah. Ja. 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 Ah. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe schon versucht. Es ist jetzt gerade kaputt. Nicht normal, es war einfach abgestellt. Ja, nur zu schlecht. Zurückgefahren. Wie? Ah, es ist dann wieder auf die Fahrseite. Ja, es ist glaube ich doch kaputt. Oh. Ja, ist gut. Sorry. Fahrst du jetzt von dieser Seite los? Oder? Nein, ich habe keine Anhänger mehr. Aha. Jetzt probiere ich mal auf dem Dach zu landen. Wie viele Anhänger hast du so? Ah, genug. Nein. Nein. Oh, da glitscht ein Zeug umeinander. Bin ich eher zu schnell? Oh, bin ich zu lange weg? Ja, eigentlich bist du ziemlich gut, habe ich das Gefühl. Ich würde es allerdings gerne im First-Person-View machen. Nein. Ich würde gerne das Tempel sehen. Auf dem Tachometer. Ja, genau. Ja. Also, ich bin wieder in den Startlöchern. Aha. Ja. Genau. Wo bist du? Ich bin jetzt da hinten. Ich bin der Satellitenschüssel. Und jetzt dann gleich beim Start. Also von mir aus kannst du los... Ja. Oh, jetzt bin ich fast schon... ...zu früh da. Oh. 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 Oh, okay. Oh, okay. Oh, was ist denn passiert? Ja. Ja. Noch ein Versuch. Jetzt fährt es natürlich einfach auf das Schiff. Ja. Wahrscheinlich nicht so viel fliegen, wenn es schiffen ist. Also, ich fahre sonst mal. Ja. Bist du gerade oben durch? Ja. Fliegst du richtig... Ich fliege richtig Hippies an der Bahn gleich entlang. Ja. Jetzt sehe ich sie. Ah, die sind da hinten. Die Hippies, okay. Ja, genau. Ich kehre über diesen. Mhm. Okay. Soll ich zentral fahren in der Startbahn? Mhm. Wenn es geht, aber es liegt noch leicht unterwegs. Ja, okay. Dann ruhe ich schon leicht. Okay. Also, kannst du oder gehen, Knott? Ja. Ja, ja. Gut. Fahren. Lecker. Es ist verdammt unruhig. Ja, bei dem Wetter. Ja, bei dem Wetter. Oh. Oh. Ah. Haha. Schon wieder gestorben. Sensibel, oder? Ja, sensibel. Gut. Ich bin gerade auf dem Klingstamm. Ja, ich bin ausbremst worden. Ich bin ausbremst worden. Von dem scheiss Charakter. Ah, schloss den Weg rum. Ich fliege mal richtig hin. Ich fliege mal richtig hin. Das scheiss Wetter, genau. Jetzt muss er so pissen. Jetzt könnte ich auf dem Zug landen. Ich habe vergessen das Wetter umstehen. Aha, ja gut. Ich muss immer schönes Wetter. Ja. Wow. Ui. Ja, wenn man wenigstens Reflektionen hätte. Ja. Ich lande hier schnell auf dem Zug. Oh nein. Ja, soll ich mal... Ja, das ist auch noch eine Challenge. Ja. Du bist schon. In Position. Ich habe für das Fondant, um auf dem Zug zu landen. Lechmine riecht wie ein Schwein. Ja, einer hat am Start-Faustzug riecht. Ja, bei mir auch. Gut, es gibt noch einen geilen Effekt. Ah ja. Ja. Ach, hast du schon im Lastwagen? Statt Reflektionen? Nein. Zuerst die Startbahn frei. Wo bist du? Wo fliegst du es gerade? Ah nein. Ich flieg gerade an. Ah ja. Oh ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Oh, jetzt stört sie dann ab. Was ist denn mit dem Schwein? Ein Blitz drauf vor. Ja, wahrscheinlich. Oh ja. Oh ja. Wow, wenn wir dann hier unten kommen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ziemlich zentral. Aha. Oh, der Rüttel. Oh. Ein bisschen langsamer vielleicht. Also ja. Ein bisschen sehr weit hin. Jawohl. 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 Habe, habe, habe. Mein Rotor hat abgestellt. Ah ja. Scheisse. Aber ähm. Es gab ein neues Video. Hast du es? Ja, ist nicht schlecht. Aber es ist nicht einmal so schlecht, wenn er abstellt. Dann schwebst du so halb und dann kannst du so ganz leicht. Ja, ja. Dann kannst du es viel besser. Ja. Sonst müssten wir es mal auf der Autobahn machen oder so. Ja. Das wäre auch noch. Bestimmt ja. Du hast immer so Feiler oder so. Aha, ja. Er sagt nichts. Das ist meistens ein Problem. Und verkehrt. Ja. Wenige Strecken aufreisen. Deine Sonne kommt. Wo bist du gerade? Ja cool. Ich habe noch nicht einmal ein Flugzeug. Aha. Okay, ich bin wieder. All right. Jetzt bei den Hippies. Es ist eigentlich kein Regenbogen bei dem Wetter. Oh, ja. Kein einziger war. Wo bist du? Ah, ich sehe dich. Da ist er nicht. Ich sehe dich. 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 Ja, ist gut. Du siehst mich. Ich könnte losfahren. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Nein. 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 Oh nein. Entschuldigung. Ich habe dich gekehrt. Nein, ist schön. Nicht passiert. Ja. Ja, wenn es ein bisschen weiter gegangen wäre, hätte es vielleicht noch geschafft. Dann hast du gerade so einen Bogen gemacht. Ich weiss nur ein bisschen später. Willst du mal fahren können? Ja. Ja. Ich habe zwar keine... Ich muss halt eben checken. Du weisst, wann los. Es ist mir geil, wenn du so eine Retour schaust und so siehst. Anzufliegen. Ah ja, genau. Ah ja. Das vergiss ich immer. Oh. Wir haben nur noch vier Flugzeuge. Oh ja. Jetzt musst du ihn sitzen. Jetzt können wir nicht mehr rumflödel. Wo fährst du? Ich kann mich noch mal fahren. Aha. Ja. Wenn du das hast, dann kannst du es auch noch. Mir ist es gleich. Mir ist es... Also ich fahre sonst schon. Möchtest du mal fahren? Nein, einfach nicht. Das ist ein Dickes für dich. Ja. Fahrst du jemanden von hier raus? Ja unten. Ein bisschen links von der Mitte würde ich fahren. Ah ok. Ja, wir schauen. Jetzt reicht es schon wieder. Ja, es ist ein Geschwür da. Ich weiss auch nicht. Ah, es ist immer noch das gleiche. Ok. Nein, ich habe noch ein neues geholt. Aber das hat wieder angefangen. Ja. Entschuldigung. 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 Hast du ja den Joint auf dem Sitz brennen lassen? Oh ja, stimmt. Kann rausgespickt werden. Wahrscheinlich hat es dann irgendwo verhangen. Ja. Wolltest du auf die andere Seite? Dann kann er krackieren und noch mal probieren. Ah ja, können wir auch. Aha, jetzt können sie aufteilen. Wo bist du dann hinten? Jetzt kannst du losfahren. Hast du Vollgas gegeben? Nein, schon nicht. Ja, Vollgas. Ah, schon. Ok. Sonst bist du schnell. Ja. Jaco, bist du auch? Ich bin vorbei. Aha. Und Jaco ist gestorben. Soll ich wieder zurück oder auf die andere Seite? Ja, warte schnell. Dann kannst du von dort weiterfahren. Jetzt bist du fliege. Du gehst weiter. Von dort? Aha. Ach, bei mir blinken kann alles. Oh. Jetzt wird es schnell weg. Ich gehe erst auf der Seite. Und kann dann checken auf die andere. Mhm. Äh, von wo, von wo, wie fahrst du jetzt? Jetzt komm ich. So, wenn wir noch nie gefahren sind. Ja, von der anderen Seite. Aha, aha. Du musst schnell platzieren. Also kannst du ein bisschen lampieren. Ja. Also, ja. Ich könnte losfahren. Gut, das macht's. Wow. Oh, komm. Komm, komm und bite. Oh, oh, oh. Nicht schlecht. Komm, hoch. Ich sehe ich bremsen. Ja. Yeah, Mann. Hey, schön, schön. Geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, Knight Rider. Von der Luft. Ja, sag etwas. Hast du am Anfang gesehen? Zuerst bin ich hier noch abgestürzt, bevor ich überhaupt... Ja, ich habe es gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Wunderbar. Ganz geil. Michael Maid kann einpacken. Ja, schon. Ja. Wie hat es geheißen Knight Foundation? Der Firma? Schon? Ja. Ah, das kann sein. Oh, schau jetzt. Und die schwierige Challenge auch noch bestanden. Ja. Mit dem Fallschirm drauf landen. Jetzt haben wir alles geschafft. So. Wo bist du hergekommen? Ja. 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 Machen wir. Ja, ja. Das Rennen würde ich sagen. Zum Abrunden. Okay. Machen wir noch das Abrunden. Das Abrunden. Das Rennen. Nichts getunt. Oh, der zieht ja. Geil. Wer ist jetzt vor mir? Der schwarze Schildti. Der ist noch geil selber. Das ist der Gratis. Oh. Oh. Einwärmrunde. Okay. Dann geht's. Oh, schau. Was? Das ist der Gratis. Das ist der Gratis. Kennst du gar nicht? Das haben wir auch schon gesehen. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Was haben wir da? Wo wir nach dem Bödel gesucht? Nein. Ist das nicht da, wo wir mal... Du, glaube ich, mal drangehangen bist und dann beschaffen gelegt. Und dann doch vorhin gestanden wurde. Oder in der Flucht. Ah. Irgendwo haben wir das auch gesucht in der Mission. Jetzt sind wir schief unter ins Wasser gegangen. Nicht mehr. Ja. Stimmt, stimmt. Sau. Es ist wirklich ganz interessant im Untergrund von Los Santos mal rüber zu fahren. Ja schon. Vor allem wird es so schwierig hier schnell fahren. Ja schon. Ja, das geht schon. Mit dem Riesenkaren. Ja, zwei Hike-Beschikana. Eine ist da oben. Da müssen wir so rechts durch. Okay. Oh, das wird lustig. Und da dann kehren und durch die Röhren durch. Oh. Ah. Also... Da kannst du auch verdammt geil überholen, weißt du. Hier in dem Schlamm komme ich fast nicht vom Fleck. Du kannst mir Fleck nachher. Und da... Ja, interessant. Interessant. Ja. Also weiter noch ein bisschen Metro anschauen. Mhm. Jetzt sind wir schon komplett verhangen. Wow, geil. Okay. Okay. Oh. 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 Oh, da kannst du die Böse versichern. Ja, wieder links. Oh ja. Oh ja. Also und da vorne ist machen fertig. Das können wir von da den Start machen. Okay. Okay. Das ist gut. Gerade unter dem Ding, wo der Schatten ist. Ja. Ich kann warten bis die Sonne runter geht. Ja, genau. Bis der Schatten weg ist. Cool. Okay. Ich bin 237 gestartet. Oh nein, jetzt habe ich es verhängt, sorry. Oh, was, was? Aber es ist eine geile Idee eigentlich. Das könnten wir machen, anstatt die 100 Zellerei. Ja, das sind wir immer auf Zeitzeiten. Was, Zeit? Ja. Wo seht ihr die? Ah, ich sehe sie nicht. Ah, willst du die einfach noch einschalten? Aha. Deine Hut. Ah, das ist gleich, sonst zählen wir runter. 1, 2, 3, 2, 1, go. Ich weiß es nicht. Ja, das ist auch geil. Ja, nein. Haha. Ja, ja. Wenn sich zwei freuen, schreit er drückt. Ja, genau. Und der fliegt erst. Ah, nein. Ich weiss doch nie, wie man sich ehrt. Ah. Auf jeden Fall schauen. Ja, nur. Ihr werdet schon noch Probleme haben. Und ich fahre wieder zurück. Hier unten wird auch alles Vollgas durchkommen. Nein. Das wird das Geschirr der Leitplanke wieder zurück. Schon? Langsam geht es nicht. Schnell ist es gut. Ja. Ich habe einen roten Drängel hinterher. Ah, knallzupfti. Du irritierst mich. Ah. Oh. Das ist die Schuld. Die kann man nicht mehr. Oh, jetzt. Oh. 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 Oh, oh, oh. Für alle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Weg! Nein! Nein, geh weg! Was ist das? Oh, ein Liebemacher im Tunnel! Ist auch schön! Jetzt habe ich voll Missionarsmässig geracht. Das ist super geil gewesen. Für mich benutzt. Ich habe den Knopf flachgelegt. Nein! Ich habe den Knopf benutzt. Nein, jetzt bin ich verkehrt. Ich auch. Kannst du nicht kehren? Nein, ich muss mich gleich einsparen. Nein, du kannst wirklich nicht kehren. Du sollst nicht kehren? Ich komme. Fangen wir zu retten. Ah, nein! Oh! Oh! Ah! Ah! So jetzt! Und weiter geht's! Waaah! Waaah! Ist das fair für einen bis jetzt? Ja! Ja, was wartet ihr da? Hahaha! Nein! Fakt an! Ist das so ein Ziel? Oh! No! Welt! Äh... Oder nochmal eine Runde? Ja! Final round! Also komm, jetzt ohne Freundschaft! Ja! Ja, so schön! Sie muss Freundschaft sein unter uns! Bist du? Oh! Wollen wir nochmal einen Startpunkt, oder? Nein! Nein, nein! Zieh ihn vor! Ihhihihiihi! Du bist ein Scheiss! 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 Jedes Mal hier verschnebelt mich! Oh no! Mich drehts doch jedes Mal bei diesem Huren Einfahrt zu tun! Ich bin extra krillig platziert. Ich weiss nicht, ob du eine gute Schnelle bekommst. Nein! Nein! Du hast mich leicht berührt. Oh, der Dreck! Du bist ja noch. Ja, das weiss ich sowieso. Jetzt kommt die Scheiss-Fahrt, die ich niemals verpasse. Wie der Pfeil so komisch zeigt. Hier unten kannst du fast nichts platzieren. Keine Objekte. Ah, ok. Auch die Punkte setzen ist in den Röhren. Danke. Sehr gut. Das Auto kiegt sich einfach mal über den Scheiss. Du musst eigentlich den roten Teufel... Ah, da hinten. Eigene getunete Sportbaguette. Nein, gerade jetzt... Verdammt... Ja... Scheisse... Ah, schon wieder raus. Noch mal eine Runde. Noch mal eine Runde. Noch mal eine Runde. Ah, jetzt ist fertig. So ein Fuzzi. Ja... Ja, schön gewesen. Eigentlich ein geiles Rennen. Aber... Geiler Rundkurs. Spezielle Sachen entdeckt. Ja... 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 Also, einen schönen Zähmen. Schöne. Ciao. Ciao.